ein herzliches willkommen und hallo liebe Freunde zu einer neuen Folge Let's Play die Siedler mit Medium Nature. Wir sind weiter hier in der Map Gold & Wine vom guten Abu Dive zu Gange und sind jetzt gerade so dabei unsere Tempelanlagen zu bauen. Ich werde jetzt hier auch direkt noch mal ein großes Wohnhaus in Auftrag geben und wie gesagt ich habe so ein bisschen Sorge dass unsere Steinversorgung nicht reichen wird deswegen bauen wir hier hinten auch direkt schon mal ein paar Steinmetzhütten um das nächste Stein vorkommen für den Fall der Fälle mal hier jetzt auch bei den ganzen Tempelanlagen hier fehlt überall nur noch Stein zumindest bei denen hier fehlt auch noch ein bisschen Holz aber ja ihr wisst was ich meine so und sobald diese Tempelanlagen fertig sind sollte auch unsere göttliche Aufwertung soweit sein dass wir alles durchklicken können und wie gesagt da müssen wir jetzt leider so ein bisschen Geduld beweisen ein bisschen drauf warten unsere Waffenlager füllen sich auf jeden Fall unsere Schmieden laufen und ja wie gesagt wir warten jetzt so ein bisschen nur noch darauf dass sich auch die Kampfkraft und unsere Soldaten entwickelt sprich das hier unsere Goldschmelze produziert was was geht wenn sogar wollte ich nicht eigentlich auch noch eine zweite Goldmine gebaut haben ich hatte sowas in Erinnerung ich glaube ich war gerade hier am suchen wo noch Gold mehr Gold ist das war's glaube ich da ist schon mal Kohle Kohle hilft uns nicht so sehr weiter mal hier weiter hinten wie gesagt Gold brauchen wir noch ein bisschen noch eine Mine wäre ganz ganz cool glaube ich und wie gesagt ja jetzt haben wir auch jede Menge Träger und die holen jetzt hier auch den Stein ab so dass das auch alles zügig vorangeht erstmal die Nachrichten alle durchklicken weil da ist nichts mehr okay dann suchen wir hier weiter mehr um die Goldmine drum herum vielleicht können wir hier direkt eine daneben zimmern wahrscheinlich als beste hier kommen immer noch fleißig so Träger raus sehr schön sieht schon lustig aus hier die ganzen Tempel im Bau aber wenn ich mir das jetzt so angucke so der Stein ja sollte eigentlich im großen und ganzen reichen wenn die hier alle abgebaut sind die Stein vorkommen sollte es reichen ansonsten da oben ist auch noch ein Stein vorkommen das müssten wir eventuell aber noch erschließen eigentlich mal so ein paar Geologen beauftragen direkt dieses Stein vorkommen zu erschließen was haben wir gefunden? Gold sehr schön das ist doch das was ich hören wollte gut hier fehlen den Tempel jetzt nur noch so ein bisschen Stein und dann werden die ersten Tempel auch schon fertig ja ich würde sagen wir warten mal bis die Tempel fertig sind und dann bauen wir da weiter Kampfkraft ist auch schon auf 50 gestiegen sprich da warten wir noch so 20 Pünktchen es ist immer interessant zu wissen um wie viel Kampfkraft oder wie viel Kampfkraft ein Goldbarren ausmacht das ist ja nicht 1 zu 1 wie zwei Goldbarren eine Kampfkraft oder so sehr gut möglich wusste sich am Ende etwas eng werden könnte wir hier beim großen Bonus braucht 24 Steine das könnte in der Tat etwas knapper werden aber hier die ersten Tempel werden jetzt schon fertig ziemlich cool so hinten wird auch schon zu den Steinmetzen rangekarrt sehr gut, sehr gut wir haben auch schon den ersten Priester den werden wir natürlich dann auch mit in die Schlacht nehmen wie sieht das hier oben aus da kommen jetzt unsere Pionierungen so langsam an die wir da oben das Steinvorkommen ja sichern sollen nächster Tempel fertig wobei klicken wir schon mal 70% zum nächsten läuft ja läuft läuft also hier die Großteil ist bereits fertig was heißt der Großteil? wenn die beiden fertig sind dann haben wir genau die Hälfte fertig dann braucht es noch 5, 11, 17, 24, 38, 52 Steine genau 52 Steine ich weiß nicht ganz schlecht beurteilen wir haben momentan 20 Steine ja gut das wird schon werden, nicht? nicht, nicht? sobald die alle durch sind kriegen wir auch nochmal jede Menge Stein weil dann können wir unsere Tempel alle abreißen so hier ist der nächste 6% also ein fertiger Tempel da gibt es doch schon einiges 40% und unsere Offensive steigt auch gerade es scheint, dass die zweite die zweite Mite ist noch gar nicht fertig und gehen wir trotzdem relativ zügig hier voran Eisen zu Gold das könnten wir doch eigentlich mal hier unten machen komm, das machen wir jetzt mal weil wir produzieren hier so viel Eisen dass wir es gar nicht verwerten können wobei es können wir sogar hier machen dann haben wir nämlich im Nu super viel Kampfkraft 6, 6% auf geht's dann können wir nämlich bald auch den Angriff schon starten so hier sind wir bei 73% also mit den Tempeln das geht schon echt ruckzuck dann ja wie gesagt Eisen produzieren wir halt einfach so viel dass ich einfach glaube dass wenn wir da konnten wir da ruhig mal machen das Eisen umwandeln ok jetzt ist wieder eine 55% Kampfkraft das verstehe ich nicht vielleicht achso vielleicht weil sie gerade alle transportiert werden kann das damit zusammenhängen oh guck mal an die Asiaten greifen wieder an na gut können wir gerade nicht leider nicht ändern so aber wir sind fertig gewesen das heißt Tempel ad und das heißt auch wir können jetzt noch ein paar Wohnhäuser bauen und dann den Angriff starten na hier können wir eigentlich auch abreißen die brauchen wir dann nicht mehr oh dann kommt da wieder ein ganz schönes Truppchen das kommt hier an also es scheint damit zusammen zu hängen wahrscheinlich dass sie gerade im Transport waren Goldbarren oh kommt doch eine ganz schöne Taupe an aber ich denke die kriegen wir wohl auch zurückgeschlagen Problem ist es nur wir können jetzt natürlich gerade keine Soldaten ausbilden während die hier vorbeilaufen wobei doch können wir eigentlich können die direkt hier so ein bisschen die hintere Truppe abfangen aufhangeht's 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 naja wenn wir hier wieder einige Soldaten verlieren aber dafür ist vorne unser Land schon mal ein bisschen geschützter gut dass wir direkt nachgerüstet haben als wir da fertig waren oder als sie angegriffen hatten das kommt jetzt jetzt natürlich ganz schön zugute ziehen sich auch jetzt hier zurück anscheinend ich bin gespannt ob sie sich jetzt komplett zurückziehen oder nur mit dem paar Soldaten anscheinend ziehen sie sich aber komplett zurück umso besser für uns dann können wir hier so ein vorbeigehen noch ein paar erledigen das ist ja ganz hervorragend und dann können wir eigentlich auch schon mit beginnen zu rekrutieren so ich wollte Wohnhäuser ja noch ein paar bauen zack 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 sieht es hier hinten aus auch die Steinmetze sind auch fast fertig wo kommen sie wieder hier vorne hin ja die ziehen sich komplett zurück haben sie anscheinend gut abgeschreckt durch unsere rekrutierung und ok du findest keinen Stein mehr aber da ist ja noch Stein dann setzen wir die noch mal ein bisschen um lassen wir auf jeden Fall hier den Stein noch fertig abbauen ist ein bisschen da so sehr gut Land verteidigt gegen diese fiesen Asiaten so hier ist das Wohnhaus auch fast fertig ein bisschen Stein braus nur noch aber davon haben wir jetzt wieder jede Menge Hauptsache sie tagten noch unsere Pioniere Schweine so Kampfkraft liegt bei 70 wie gesagt ich warte jetzt hier noch bis die Wohnhäuser fertig sind dann wird die Armee ausgehoben und dann können wir mit dem Angriff beginnen werden aber hier noch mal ein bisschen ich denke die Verteidigung werden wir noch ein bisschen aufbauen können wir die eigentlich noch mal mit hier hinschicken das sollte dann aber auch reichen den mehr brauchen wir dann denke ich nicht gut das ist fertig dann bauen sie jetzt hier das noch die drei Wohnhäuser noch fertig wenn die fast fertig sind können wir eigentlich beginnen das sollte jetzt ja auch nicht mehr zu lange dauern wir haben ja alle Materialien liegen hier rum das ist ein Wohnhaus zwei Wohnhäuser ja das dritte liegt noch bei den Steinmetzen da werden werden auch die neuen Steinmetze gebraucht aber ja das reicht auf jeden Fall vom Material her sodass wir da auch ganz gut versorgt sind dann können wir hier unsere Armee aus dem Boden stampfen und unseren Feind so ein bisschen überrennen bauen wir hier oben auch noch mal ein Goldlager und hat das jetzt geklappt hat geklappt und dann bauen wir hier auch noch mal ein Lager für Werte und Bogen Schwerter und Bogen so weil das müllt uns hier so ein bisschen die 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 schmiedenvoll und da ist der dann doch eher ungünstig und ist ja ich glaube 1 dritte bau manter brauche ich nicht. Zwei Kasernen sollten eigentlich vollkommen reichen, um das für unser Vorhaben zu machen. Ich werde diesmal ein bisschen eine andere Strategie bei der Eroberung fahren, so ein bisschen in Richtung verbranntes Land, sprich wir nehmen einen Turm ein und werden ihn dann direkt wieder abreißen, so getreu diesem Motto ein Turm reicht und das sollte uns da die Möglichkeit geben, dass der Gegner eben den Turm nicht sofort zurückerobern will. Schauen wir mal, bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber hier ist alles auf dem besten Wege. Ich denke sogar, wenn das Wohnhaus fertig ist, können wir schon anfangen mit unserer Armee, weil hier kommen so viele Leute raus, so viele Träger, die gerade nichts zu tun haben. 200 wenn da man rekrutiert werden, also das können wir praktisch in der nächsten Folge dann beginnen. So, jetzt können wir hier die Steinmetze abreißen. Die sind jetzt durch. Gut. Sehr gut. Also bei alles hier, es fehlt ja auch nur noch 7 Steine, also es läuft ja doch schon recht zügig ab. Ich verstehe nicht so ganz, warum sie lieber von hinten den Stein holen, anstelle hier vorne von den ehemaligen Baustellen. Das verstehe ich nicht so ganz. Warum sie das tun? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, Freunde. Es ist ein Mysterium. So, aber das Wohnhaus ist auch fertig. Nächste Folge kommt da noch ein bisschen mehr Action wieder, wenn es dann wieder heißt, wir greifen unseren Feind an, wenn wir unsere Armee stehen haben. So, das sieht hier oben doch ganz solide aus. Das Lager ist schon fertig, das heißt, da können jetzt wieder, was war das hier, oben oder? Ja, Bögen eingelangert werden. Und das Wohnhaus ist fertig, das ist gleich fertig und das wird auch bald fertig. Alles klar, Freunde. Dann soll es das auch wieder für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Dornchen hoch fürs Video, wenn ich dann eben nicht. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder, wenn es wieder heißt, let's play die Siedler mit mir, dem Nature. Macht's gut!